Generell, ich habe heute nur so einen Beitrag gelesen, die hier irgendwie, wie heißt dieser, Steven Soderbergh oder sowas, der ja auch mal für, ja, ah, tut mir gerade Julian, aber ich kann die Scheiße mir nicht mal antun. Ich wusste halt, als ich gesagt habe, das ist dir selber nicht, danke Thomas. Wahrscheinlich vier. Zeig deinen Gegner, dass diese Ort jetzt dir gehört. 3, 2, 1, das hat wirklich, das reicht wirklich, das reicht wirklich, ich fühle dich auf jeden Fall, wie gesagt. Er kam in seiner, er kam in seiner Linksfristung, richtig motiviert reinbekleidet und natürlich motiviert. Also, dass er sich gelesen hatte, war nur, dass der, also dass die Show generell, wenn ich, Shows, Dinge hatte, also wenn ich komme, die Anlagen und sowas. Und dann viele, wir, nur ganz, wir haben das Spielewechsels, Jungs, wenn ihr jetzt auf jeden Fall seid. Ja, wir machen das, wir schon oft sagen, da. Ähm, sondern die haben, äh, viel auf, viel Fokus auf die Künste dann selber gelegt. Mhm. Also da ein paar Fakten und sowas immer zu erzählt. So nennt sich verloren. Und dann, weil das, und dann, äh, weil nicht alle hinkonnten, eigentlich wollten die das auch, eigentlich wollten die so quasi machen, der, der gewinnt, muss, äh, der, der gewinnen könnte, muss in Los Angeles sein, soll ich dafür entreden. Dann haben die meisten aber gesagt, die Leute, wir können nicht nach Los Angeles kommen, weil, äh, in Corona. Und haben sich dann z.B. in London, waren, waren, waren klinische Miete dafür. Mhm. Und, ähm, wenn du in diesem Kino warst, hättest du auch sprechen dürfen. Anthony Hopkins hat aber gesagt, mit 83 Jahren, äh, werd ich nicht mehr durch ganz England fahren, äh, während Corona, und, äh, mich dann dahin setzen. Ich hab grad jemand von innen mit dem Scheiß gelohnt. Oh nicht. War das grad zu Hause und hat gepennt? Ich hab halt seine Räder am nächsten Tag gesehen, wo er vor so ner grünen Landschaft stand. Wer ist mit dem Pennen, äh, der Ausfall gewonnen. Der hat dann dann, der ist, der hat nur, der hat nur mitbekommen, weil seine Agentin angerufen hat. Nee, der hat, der hat dann, der hat dann, der hat dann nächsten Tag ein Instagram-Bytes halt wieder zugemacht, der ist dann nicht an der Rede. Ähm. Ja, der wird, würd ich mal sagen, an der Stelle. Ja, ja, ja. Und das, und das, was halt auch war, Anthony Hopkins zum Beispiel. Äh, 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 Joaquin Phoenix hat, Joaquin Phoenix hat ja vorgelesen, der beste Hauptdarsteller. Er hatte aber schon mal wieder zum Problem, weil er noch sehr, ähm, war sehr listlos dabei. Hinter dir ist noch einer auf dem Feld, Thomas. Zwei, glaub ich, einer unter der Unterführung. Ähm. Und eigentlich war es so geplant, dass, dass, dass er dann sagt, ja, äh, Anthony Hopkins kann ja leider nicht hier sein. Aber dafür ist die, neben, äh, äh, die, die andere Hauptdarstellerin da, keine Ahnung, ich hab den Kunden nicht gesehen. Ähm. Die hatten dann, wo ist er vorbereitet? Erstmal Joaquin Phoenix. Joaquin Phoenix sagt, ja, aus, äh, Osterregeln. Ähm. Ja. 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 Ja, das hat man ja, äh, ausgemacht. Ja. Das war's mal wieder komplett, würde ich mal sagen. Ja. Das soll wohl irgendwie auch wie so ein interaktiver Film gewesen sein, was aber auch komplett lost war. Ja, das weiß jetzt überhaupt nicht, wie ich dann selber nicht gesehen war. Ja, das weiß jetzt überhaupt nicht, wie ich dann selber nicht gesehen war. Wie, irgendwie. Wie so ein, wie so ein Art Film-Take. Wie so ein Film-Take, diese, äh, drei Stunden, hab ich zumindest, das wollte ich auf Radio. Und das es wohl irgendwie doch ziemlich lost war. Und überhaupt nicht so war, wie die das an mir können. Was heißt denn da? Was heißt denn da? Die haben wir ganz kurz auf Klo. Ab zwei Leute sind bei mir. Ab so drei Leute sind bei mir. Fretchen-Solo-Ulted, nachdem ich mit Heavy daneben geschossen habe. Der Typ ist so shit, der hat noch kein... Der hat Markenlose, das ist der erste Kill, den er gegen geschafft mit einer Solo-Ult. Ich hab mich zweimal die Fretchen weggezweigend schon. Ja, braucht er denn noch? Naja, das Match geht maximal sechs Minuten. Noch über Zeit. Und wir führen eigentlich ganz gut. Zone, sieh verloren! Wie viele Fils braucht ihr noch? Fuck! Es gibt jetzt 150. 65 zu 43. Aber wir kriegen immer Doppelpunkte. Jetzt hat er mich zum zweiten Mal gekillt. Und nachdem er mich ge-shotgunned abt und die Strasse ge-flowed hat, hat er eine 120er rausgeholt. Und ich war weak ohne Top-Things. Trotzdem zwei Bodies gebraucht. Ja gut, dann mach ich mir schon mal meinen Fressions-Gefühl an. Hat auch nur ungefähr drei, vier Minuten. Dann hab ich gleich auch zurückgegangen. Ihr seid ja genau fertig. Ich guck mal, wo wir in ein neues Meldet reingekommen sind. Ja, wie. Ja, wie. Ja, wie. Ja, wie. Ja, wie. Ja. 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 Aber wenn du überlegst. Ja. 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 gut also wenn er was gewohnt hätte ich glaube ich die hoffnung in der stelle ich werde nur noch geschaut gar nicht nur schon alleine irgendwann hingeguckt ich versuche da reinzuschneiden es kommt eine schotter von ihm die tochter von kann der bastard mal seine verfickte fehlwinter aus der hand legen fünf sekunden oder so ich wollte mir gerade einen schenkentoast machen ab den schenken ist mir ja ganz schön gebrauchen warum naja da war was weiß ich doch was möchte ich noch wissen oh mein fucking gott der dritte kill und diesmal wenn er noch ein paar junge kannst du noch was andere minuten kein zelt oder beim schinken kann es halt auch vom pökeln das salz sein ja aber ich habe es jetzt mal nicht probiert das werde ich das ist einfach beschissen im singelhaushalt schmeißt oder versuch ich weg ich hab ja den tag schinkentoast zu essen aber wenn ich ja mal einen schenken zu essen die leute sind in der mittel am team schotten wo er nun ein gesammtes team das schild auf einem balkon teilt sich ne fucking kippe ja ich hätte mir irgendwas damit kochen müssen aber es hat ein ganzes team thomas ist irgendwann am arsch der heil am rumschillen ja trotzdem kann er doch mal fucking gegner pushen weil wir lagen mit fakten 40 punkten vorne die nehmen keinen zu sein ich sag dir das ist wieder ein match wo wir zusammen zwei drittel aller krill haben mindestens eher mehr so thomas dankeschön ich bin ja auch das ist natürlich die potionsgröße sind halt ja nicht viel so keine ahnung ha aber sind wir halt wenn man im match da immer einen scheikel kann oder was den töten die nicht ja ich habe so viel zonen genommen die runde und es wird unnormal sein fast geschafft kämpfe weiter ich bin noch gefühlt der einzige der etwas eingehen ja er hat halt nicht unreicht mein motto ist der gegen kann nichts einnehmen wenn er tot ist aber mich packt auch den tu du ab der er erst gar nichts getroffen hat dann auch ein 120er wechsel und seitdem ich immer 3-tap hab ich die chaos spannung gebogen starrt also das werden wir auf jeden Fall nicht mehr verlieren es sei denn die Gegner kriegen jetzt noch einen last minute powerplay über den restlichen drei Frauen schau schon mit darken oh shit oh gott ich werde dieses andere team wir sind drei leute zwei in diesem body der vierte spielt shadow price und dann auch überall mit dem scout du wirst am freitag nicht da oder ne no ein wohlverdienter sie ja also ich hab mich mit ja was nachsehen ja digga da wo mein gott samstag kann sie nicht und dann hier wir fliegen noch kurz auf den turm und dann sind wir rein ja die runde äh ich hab sie in vorne genommen bist du denn dann samstagabend da oder ja und damit die zweitmeisten ja hm 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 hm